Moin. Jetzt hast du zwei Phönigse. Ich glaube, wir haben ein Problem. Zentrale, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, wir haben ein Problem, Freunde. Oh, Alarm im Darm. Moin. Ich glaube, ja, okay. Ja, okay, voll mal. Ja. Hallo, bitte das Ei killen. Dankeschön. Oh mein Gott, das wäre es ja gewesen. Oh mein Gott, das wäre es ja gewesen. Ich habe jetzt zwei neue Phönigse bekommen. Nee, nee, nee. Nee. Nein, Mann, was ist das denn? Hallo? Warte mal kurz. Ich habe drei Phönigse. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Was ist das denn? Ich habe drei Phönigse. Neue Stack. Ja, das ist ja Ehrenlosigkeit. Junge, es ist nur Eier Spam. Ja, aber man kann, also man muss sagen, man kriegt das Ding einigermaßen gut verteidigt dann. Also Phoenix Spam ist es nicht. Ja, du hast halt auch Skelly, die ist das Feuerball, das ist eine Eisterkarte, die relativ so in der Kombination zumindest sehr gut ist. Sie sind okay, genau. In der Kombination sind sie okay, ja. Definitiv.